hey leute willkommen zu meinem video mit dabei ist heute nightgaming so zehn jahre später nein spaß im fall zeichen dann werde ich den brawler nehme ich jetzt mal jesse leute schreibt meine kommentare was eigentlich euer lieblings brawler ach so leute nightgaming hier unterstützt mich im moment auf youtube und alles also nicht wirklich auf youtube also was ich sagen möchte nightgaming unterstützt mich in dem weil er halt er möchte jetzt mal ein video schneiden und möchte also leute er möchte sich zwingen nicht und er macht man halt manchmal auch intros profil bilder hier wie nennt sich das noch merches und alles also leute er macht es freiwillig nicht dass er jetzt denkt irgendwie ich nutze hinaus oder so ne gottes willen nein das überhaupt nicht also ich würde es tun eigentlich also nicht nur eigentlich sondern ich würde es nicht tun und leute dafür dass er das ja macht er macht ja seine menschen vorschläge und dafür bekommt er ja von mir gratis sachen aus dem shop wenn ich 500 abonnenten halt habe und ja dann kommt er halt von mir also nicht wirklich von mir sondern da kommt er die sachen die er designt hat halt gratis aus dem shop und er ist der erste die ich bekomme naja ich und er keine von mir geht es rüber von mir geht es die noch und mehr meter noch noch von mir mit noch jetzt bin ich regeneriert doch ein also schreibt mir bitte euren lieblingsdruck in kommentare aber nike gaming du musst da nicht in die kommentare schreiben das weiß ich ja eh schon welcher das ist also leute ich glaube das liegt auch auf der hand und falls ihr nicht wisst sandy wenn ich jetzt falsch liege also dann ist mein leben wirklich komplett nicht mehr in ordnung kurz gucken egal let's go ähm leute sorry dass man nightgaming nicht hört ich höre ihn auch nicht aber wir können uns halt gegenseitig nicht mehr bei bros das spielen aus dem grund müssen wir schreiben wir haben schon probiert das zu machen und das video haben wir aber nicht hochgeladen falls ihr euch fragte welchen weil in dem haben wir dann nicht geredet und das haben wir alles hingekriegt im ersten mal habe ich noch nicht durchgelesen war zu faul oder nicht wirklich zu faul ich habe einfach weggeklickt weil ich die aufnahme schnell starten musste was für kämpfe wieder in dieser runde sind aber also ja für Pippa! Pippa! Let's do this! Äh, Leute, falls ihr euch fragt, warum heute überhaupt mein Stream auch abgebrochen ist, ähm... Ja, Problem ist, ich hab ja Glasfaser, also von dem Internet, ne? Langsam denke ich echt, das ist Bambus, so oft wie mein Internet rumspackt. Ich weiß nicht mal, ob dieses Video heute hochgeladen wird. Aber ist jetzt auch egal. Aber was ich weiß, ist... Das... Oh nein, ich hab die Cups weggenommen, sorry. Ähm... Aber was ich weiß, dass... Die Tara und der Leon mich gerade geholt haben. Hm... Und was ich auch weiß... Ist, dass ich wahrscheinlich bald noch, also hoffentlich, ein neues Profilbild habe. Leute, ähm... Nicht falsch denken, ich liebe Lux, aber... Also nicht in dem Sinne von lieben, was ihr vielleicht gerade denkt, sondern... In dem Sinne von lieben, Lux ist halt mein Lieblingsskin. Und Lux mag ich halt am meisten von den ganzen Skins. Aus Fortnite und sowas, aber... Das Problem dabei halt ist, dass ich... Diesen Profilbild nicht nutzen kann. Wegen Copyright. Ein HP hat er. Genau ein HP. Okay, Junge, jetzt reicht's mir. Dieser... Ähm... Leon. Mhm. Leute, sechs Kisten. Wir sind meine Stats. Star Power 1,0729%. Klingelt ihre Roller. Roller. Aber nicht wirklich hoch. Bereit. Ich bin auch bereit. Leute, ich hab heute probiert, auch dieses Draven-Scot-Event zu streamen. Ja, Leute. Was soll ich sagen? Mein Internet... Ich hasse mein Internet so hart, ne? Ich hab überhaupt keinen Bock mehr online zu gehen. Wirklich. Also, wirklich, ich hab überhaupt keinen Bock mehr online zu gehen. Ja, wahrscheinlich ist es so schnell. Okay. Oh, Mann. Ich würde mich auch freuen, wenn ich endlich Leon habe. Oder vielleicht auch mal Sandy. Was weiß ich. Ja, okay. Okay. Rosa, wir haben's verstanden. Du bist aggressiv. Leute, also, jeder mag Leon, weil er so krass ist und die Ultima relativ geil ist. Weil er legendärer Brawler ist und viele Videos über ihn sind. Aber ich mag ihn nur wegen dem Aussehen. Ja, wahrscheinlich treffen zwei Raketen, obwohl ich raus bin. Genau. Oh, Mann. Das ist halt der Nachteil an Brawl Stars. Vieles ist cool an Brawl Stars, aber manches ist einfach total unnötig. Also, schlecht gemacht. Ah, wir sind in einer Zwickmühle und er hat seine Ulti. Doch, er hat seine Ulti. Nutzt deine Ulti und geht er weg. Oh, Mann. Nutzt doch deine Ulti. Nein. Egal. Ähm, trotzdem. Uiuiui, fast sieben Kisten schon. Äh, äh, ähm, Showdown beendet, Showdown, Spiel startet, Showdown beendet, Showdown beendet, blablabla. Äh, okay. Schreibt. Wollen wir Testspiel? Fragezeichen. Nee. Nee, nicht. Warum? Küsten. Alle gegen einen Fragezeichen. Okay, noch eine normale Runde. Ähm. Und dann noch vielleicht alle gegen einen. Wäre ganz cool. Leute, falls ihr jetzt, ähm, denkt, ich rede gerade mit Nightgaming. Nein. Denn Nightgaming hört mich leider nicht. Wäre zu schön. Aber das klappt dann nicht mit dem Video. Wuuuuh. Oh, das war jetzt fies. Ey, Leute. Ich hasse, ähm, also wirklich, Leute. Ich kann sie nicht ab. Diese. Ähm. Das heißt sogar schon ihren Namen vergessen. So blöd, dass sie. Egal. Äh, die, die mich gerade auf jeden Fall gekillt hat. Ich kann die überhaupt nicht ab, Leute. Ja, klar, sie ist stark, weil man sie selbst hat. Aber ich feier sie nicht. Weg, 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 weg. Egal. Da wurde aber einiges getroffen. Okay. Let's go, weiter. Ich hab nicht einen Cube. Nimm jeden Hops-Cover. Trifft keinen Hit. Wow. Bester Schütze der Welt. Oh, Mann. So viele Pimos. Schnell weg. Weg, 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 weg. Alles egal, nur weg. Nein. Da bin ich wohl leider auch mal verreckt. Oh, shit. Egal. Auf jeden Fall haben wir relativ gut gespielt. 24. Ah, reicht das? Ja, reicht. Sieben Pissen. Lecker. Schreibt, okay. Was schreibst denn du? Können wir jetzt Testspiel-Fragezeichen? Alle gegen ein... Erstmal so, ich alle gegen ein Fragezeichen. Können wir jetzt Testspiel-Fragezeichen? Das ist so witzig. Äh, alle gegen ein geht nicht im Team. Ah. Okay. Ähm. Ja, Testspiel. Ähm. Also Testspiel. Ja, Testspiel. Ja, Testspiel. Also Testspiel. Das ist so witzig. Hä, warum bin ich raus? What? Äh, erstmal Testskuchen. Ich nehme jetzt mal Bull, weil es ja eh Testspiel ist. So. Ähm. Zack. Boom. Bäm. Mal so. Und zack. Oh Mann, ey. Lecker. Leute, falls ihr euch fragt, wenn ich jetzt gegen so ein Bot verliere, ne? Die sind genauso gut wie normale Spieler eigentlich. Es leckt auch. Und ich mache kaum Damage. Aber es sind die gefühlten 10.000 Nachteile, die ich habe. Und dann geht das Video schon 15 Minuten. Ich glaube, so gleich mache ich Ende nach der Runde. Mache ich ein kleines Anbox und das war's dann. Äh. 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 Naja, Leute. Ich bin immerhin froh, dass ich von Nightgaming geholt wurde mit 11 Cubes. Wahnsinn. Wahnsinn. Ey, Leute. Wenn ich heute einen Legendary Brawler ziehe, ne? Dann schlage ich meinen Kopf gegen den Tisch. Ganz ehrlich. Äh. Leute. Ich würde sogar Facecam machen eigentlich. Aber. Ja. Wir haben ja noch nicht die nötige Anzahl, die ich. Also. Ich brauche die eigentlich nicht. Aber ich möchte jetzt keine Facecam machen. Vor allem wäre es viel zu aufwendig. Also habe ich darauf keinen Bock jetzt. Das heißt, wir haben zwar nur vom Geräusch hier. Aber, Leute. Ich glaube, das reicht schon. Ich habe da wahrscheinlich sehr dolle Kopfschmerzen. Ähm. So. Jetzt mache ich erst mal ein Unboxing. Leute. Ich weiß eh, dass wir nichts ziehen. Und eigentlich nichts Besonderes. Wir ziehen nur Müll. Wuhu. Komm. Noch einmal Spout, bitte. Leute. Ich habe es gewusst. Ich habe es gewusst. Welche Map? Fragezeichen. Warte. Äh. Leute. Das war es mit dem Video. Und auch Grüße gehen raus an dich, Night Gaming. Da du ja relativ viel machst im Moment. Und dafür will ich dir nochmal danken. Also. Musst du nicht machen, wie gesagt. Das ist wirklich echt nett von dir. Und, Leute. Das war es mit dem Video. Ciao. 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 Vielen Dank.